Und ein wunderschönes Willkommen zurück zu dem wunderschönsten Let's Play auf der gesamten weiten Welt mit dem Namen El Caponio. Der dritte. Ach, ja. So, ähm, genau. Wir waren gerade dabei, hier, ne? Pferd und so, zu verlieren. Ansonsten wollten wir hier hinten keine, genau da hinten war eine kleine Böhle. Da wollte man gucken, ob da vielleicht ein Dungeon drin ist. Also hier ist auf jeden Fall Licht. Ach so, gut, hier geht es wieder hoch. Danke dafür. Hm. Ja. Ja, ich kann jetzt immer nur die Oberfläche an. Weil entweder finden wir an der Oberfläche etwas oder wir finden gar nichts. So meine Devise. Weil Dungeons sind ja auch eher weiter Oma zu finden. Also jetzt bei jeder Höhle da in die Tiefe zu gehen. Ich meine, man findet auch in der Tiefe Dungeons, ja, aber das losfällt einfach nicht. Gut, heißt das, die Höhle lassen wir schon mal komplett außen vor. Dann gehen wir mal direkt zur nächsten Höhle. Angenommen, ich finde der scheiß Gaul da hinten. Oh, ich habe noch eine Höhle gefunden. Braves Mädchen. Ich werde da springen. Komm, wir rein? Ja, ich komme rein. Äh. Nö. Oha, fängt schon wieder an zu laggen. Äh, klar, ist ja auch wieder ein neues Gebiet hier. Da ist das Problem, wenn man auf privaten Servern spielt, die extra für das Let's Play genannt ist. Wenn man da zu neuen Regionen kommt, dann sind sie auch immer generell neu. Wo ist jetzt die Sonne? Die Sonne kommt von da. Also, ich hoffe, jetzt... Ja doch, genau. Zumindest kommen die Wolken von da. Und die Sonne kam ja aus der gleichen Richtung. Oh, ja, man merkt nur, das Gebiet, das Pferd fängt schon wieder an zu stockern. Äh, ich lasse erstmal hier ein bisschen aufladen. Oder sind wir schon wieder Wüste, sehe ich gerade? Ein Schaf. Schaut sie euch an, diese Schafe. Bringt eigentlich was, wenn ich die Sichtwerte ganz runter stelle? Willst du das was bringen? Weil dann fordert ja mein Rechner weniger vom Server an. Ja, lass geht wieder runter vom Let's Talk. Sehr schön. Oha. Äh, wie tief ist das was? Auf jeden Fall zu tief fürs Pferd. Ich meine, ich seeeelbst... Äh, Entschuldigung. Ich selbst würde es wahrscheinlich überleben. Also, das wird überleben natürlich auch, klar, aber... ...kriegt halt Schaden. Und ich weiß nicht, wie es beim Pferd aussieht mit Silvke-Regeneration. Das Pferd kann man aber nur regenerieren, indem man es füttert. So, halt. Ich bleibe mal kurz hier. Ich gucke mal kurz hier in die Rehle rein. Ah, schau mal, na, guck. Was? Oh, Gleiser. Ja gut, Gleiser brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber... ...ein Minensystem bedeutet meistens auch Kisten. Und Kisten bedeuten ganz häufig... ...Inhalt. Und der Inhalt, wiederum, ist manchmal... ...schöne Sachen. Der eine hat auch gereicht. Ach so. Ja, ich habe die Sichtwelle doch noch auf 400. Mein kleiner Laptop stimmt gerade. Sorry, Laptop. Keine Kisten? Kei... Kei... Wie kann denn dieses Seil, muss das Pferd hin? Och Mann, Gaul. Kannst ja nicht immer in der Weltgeschichte rumrennen. Wo bist denn du? Ach da. What da? Alter. Das Pferd kommt auch wie den? Das ist nicht mehr normal. Mann, ich will Kisten haben. Das ist doch unfair. Warum gibt es ja keine Kisten? Das ist Bullshit. Hallo. Nein, ich wollte... Ach, Rohhemd hier. So, jetzt werde ich mich wieder runterstellen, damit wir hier auch ordentlich schlucken. Da geht es nicht hoch. Hier geht es hoch. Ah, komm. 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 Kommst du. So. Gut, hier haben wir schon eine Aussichtsplattform. Dann machen wir hier Sichtweite ein bisschen hoch. Und gucken mal, ob wir scheiße... Was ist für dunkel in Berlin? Ob wir hier was erkennen? Irgendwie irgendwas, was wie Dungeon aussieht. Warum sind denn Schnee? Wir sind doch gar nicht durch den Schnee, wir haben gelaufen. Warum sind denn Schnee? Manchmal laufen wir mit oder gegen? Ach so, da. Von da hinten kamen wir. Ich war gerade in der falsche Richtung. Ich komme wieder. Glauben wir noch ein bisschen weiter und suchen, ob wir eine helle Gegend finden? Oder sagen wir lieber, nee, schlechte Idee. Lassen wir mal lieber. Weil das Problem ist, jetzt, wo es sehr dunkel wird, kommt nicht auf die ganzen Monster. Und die ganzen Creeper, die dann genau neben dem Pferd explodieren. Ich habe gehofft, dass wir wenigstens mal ein bisschen, ne? Wir müssen uns ein bisschen was finden hier. Kein einziger dran drin. Problem solltet ihr zum Dunkeln sehen, wir auch nichts mehr. Okay, komm, jetzt heißt es, wir gehen dafür wieder zurück. Es ist so dunkel, ich sehe den Weg nicht mal mehr, Scheiß. Oh, oh, okay, wir sind verloren. Das habe ich jetzt natürlich nicht beachtet. Das ist... So fucking dunkel, ich sehe gar nichts mehr. Oh mein Gott. Na gut, das heißt, äh... Hallo? Ich bin gerade... Was? Oh, warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Weil hier sind wir mindestens sicher, ne? Vor Creepern und so, aber... Warum hat er uns gerade in den Berg abgesetzt? Du willst dich doch verarschen hier. Hallo? Das wird einfach in den Berg ab, Alter. Ich glaube das nicht. Also mit dem Pferd rumzulaufen ist echt mal wie ein Armpfeier. Das ist ja hier. Fabulös. Tja, wenn wir jetzt ein Bett dabei hätten, dann könnten wir jetzt einfach hier Penn legen. Leider ist uns das nicht vergönnt. Ich mache irgendwie eine Fackel hin, so. Das ist der Quest ist... Was macht ihr jetzt überhaupt? So, hier oben ist wieder... Was weiß ich jetzt wieder? Erde. Das heißt, genau, hier... ... geht's dann weiter hoch. Hallo? richtige Aufsichtsplatz von mir machen kann ich ja genau da und alle Fak, nein da eine Fakkel hin Hey, dann wirst du, bevor es mein Fernstabgeblieben ist. Hallo, Gaul, komm doch mal her, wo bist du denn schon wieder? Jetzt wahrscheinlich die ganzen Fackeln auf der Suche nach meinem Gaul. Was ist denn los hier? Oh, eine Scheißidee. Hallo, Pferd? Hallo. Wahrscheinlich da irgendwo im großen Wasserbereich, weil die Viecher immer so das Wasser lieben, wie ihr eigenes Bankkonto macht. Das macht natürlich die Suche nach dem Pferd nicht gerade einfacher. Einmal geben wir uns selber in die Teufelsküche. Dann das ist... So, du hörst mich bitte hier. Genau, schön alles zubauen. Jetzt habe ich mich selber zugebaut. Das ist natürlich wunderbar. Ah ne, ich komme raus. Easy. So. Kann es weiter bleiben. Und wir haben hier unsere... Unsere kleine Base. Base, Base. Die Sonne ist gerade mal mitten im Himmel. Mitten im Himmel. Wow, was eine Beschreibung. So, kann ich die Fackeln dann wieder abbauen? Wir haben noch eine richtige Fackel, Alter. Ja, ich habe jetzt versucht schon wieder durchzukommen, ne? Bist fies, ey. Es kommt doch auch fast hoch, Alter, ey. Klug das nicht. Machen wir hier mal, ne? Ich mache mal sicher, es habe hier nochmal. So. So. Kann ich was machen, was das ist? Mach du Scheiße! Hallo. Hallo. Man sieht halt gar nichts. Also ich zumindest, weil draußen schon wieder so hell ist. Okay, wir machen hier so ein bisschen Erde hinstellen. So, dass da keiner reinkommt. Hier unsere kleine Base. Kann man sogar eine kleine Gartenbahn aufbauen. Aber wenn die Zeit reif ist, können wir rausfahren. Du, 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 die Eisenbahn. Easy. So. 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 Ist mittlerweile schon wieder am Untergehen. Es dauert mich persönlich halt nur ein bisschen zu lange. Let's Bullshit. Schnauze. Ah. Hm, was machen wir jetzt? Ich hab nichts zu essen dabei, wir müssten also definitiv irgendwann wieder nach Hause. Sonst werde ich hier elendlich vorhungern. Vielleicht haben wir auch keins bekommen, als wir es hier getötet haben. Das wäre fast noch schöner gewesen hier. Och, Menno. Gibt's doch gar nicht. Was tun wir denn jetzt? Fuck, fuck, fuck. Komm, geh jetzt mal unter hier, du scheißen Mond, alter. Das ist Folter. Wir können nichts machen. Wir können nur hoffen, dass unser Pferd da drinne bleibt. Es ist raus. Ah, nee, okay, dachte ich gerade schon. Es ist halt so scheiße dunkel, wie gesagt, ich sehe überhaupt nichts in der Ferne. Okay, ich kann auch daran denken, dass ich die Sichtwetter untergestellt habe. Wow. Aber trotzdem, ich sehe halt viel zu wenig, um mit dem Pferd rumzulaufen. Wo ist der Eingang? Ach da. Ach, Mann, wo ist der Mond? Am untergehen. Aber bald, also sollte jetzt bald, ne? Also sollte jetzt langsam, aber sicher dabei sein hier. Und dazu gehen. Trinkt erstmal schon Kaffee. Oh, das ist ein Kaninchenchen. Guckt mal, das Kaninchenchen unten links. Oh. Sobald ich hier rauskomme, werde ich dich töten. Ach ja. Sobald ich hier rauskomme, werde ich noch mal nach Hause. Ich kann nicht mehr. Ja, ein bisschen räumiger. So lebt es sich gleich viel angenehmer. Mach ich bei echten Gebäuden auch immer. Wenn mir der Wohnraum klein wird, reihe ich einfach die Wände raus und ziehe auf die Straße. Ja, komm, 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 komm. Ja, 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 ist Hotel, ist Hotel, ist Hotel, ist Hotel. Gut, da bauen wir natürlich die Fackel hier wieder ab. So, da kommt die Sonne. Oh, Sunrise. Ja, du scheiß Gaule, ist ja gut jetzt. Ich hab's dir gesagt. Wo denn? Ja, drauf, wenn ich jetzt mal... Was sinnvoll ist. Ach komm, hör damit. Na ja, immerhin eins. Besser als gar nichts. Dann lassen wir mal Fett hier raus. Volle Fahrt raus. Gaul. Oh, da noch höher, da noch höher, da noch höher, da noch höher. So, da noch höher, da noch höher, da noch höher, da noch höher. So, hast du wieder zu. Heftig hier. Halt. So. Geht's da irgendwie zu was... Interessantem runter. Gar nichts. Schnauze. Teleporta. So, die haben wir hier durchs Phinebion. Vielleicht finden wir hier irgendwas Brauchbares. Hier zum Beispiel... Ähm... Äh, nicht so. Oh, und wie sieht's hier aus? Auch nicht so. Wo gehst du schon wieder hin, Mädel? Ab, wo mit dir? Sind wir gerade in die richtige Richtung unterwegs? Ich weiß es nicht. Volkendeckel... Anworte mir. Ja. Ist die richtige Richtung. So, hier haben wir hier wieder eine schöne Aussichtsplattform. Da, schauen wir mal wieder die Sichtweite ein bisschen höher und gucken uns mal um, was denn der Server so zu bieten hat. Also, da finde ich schon wieder an, grün zu werden. Da kommt ein bisschen Sand durch. Okay. Das heißt, ich würde die Richtung wahrscheinlich nicht, weil da sieht es aus wie Wasser. Da haben wir wahrscheinlich ein weniger Glück. Andererseits ist es bei Wasser sehr gerne so eine Stelle, wenn die, wie man da hinten fackelt, sieht. Da wiederum ist auch eine gewisse hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir da auf Dungeon treffen könnten. Ich ersetze, good question, gehen wir erst mal nach da oder erst mal nach hier? Wie geht es mal nach da und dann gucken wir mal weiter? Oh, wir haben aber auch schon einen Übersichtspunkt. Mal gucken, was wir hier vorfinden. Mhm, 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 oh. Nicht wirklich, ne, nur flache Berge und sowas. Also Sachen, die man nicht wirklich was findet. Wie gesagt, Dungeon ist immer bei steilen Bergen. Weil die halt so steil sind, dass die halt auch die Dungeons den Strang salieren. Und man sich da von außen sehen kann. Oh, hier geht es gerade nicht runter. Ich gehe hoch mit dir. Ne, da geht auch nicht lang. Gehen wir mal eher hier so lang. Ein Eisbär, wie süß. Oha. So, wie sieht es denn hier aus? Mhm, hier haben wir ein paar Klippen. Ah, da hinten haben wir bloß wieder die ganzen flachen Berge. Die bringen uns ja nicht wirklich weiter. Mhm, 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 mhm. La, 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 la. Ja, jetzt geht's ja auch gar nicht, ey. Boah. Ja. Bonita. Die Sonne ist schon... ...am fast am Horizont. Äh, am... Wie heißt denn das Ding? Also das Ding, also das... ...ne? Oh, ein Eisbike. Wie, ups. So, wie sieht es denn hier aus? Nichts, gar nichts. Das kann auch nicht wahr sein. Hallo? Ja. Hier, 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 hier ist Schnee. Guck mal, da ist Schnee in der Luft. Ich glaube, echt, wir haben hier echt mehr Pech als Verstand. Wir finden hier keinen einzigen Dungeon. Und die Dungeon, die wir bisher gefunden haben, da war halt auch nichts drin. Na gut, okay, wir machen jetzt noch eine Folgenpause. Und dann gehen wir doch lieber mit einem kleinen Umweg Richtung Heimat. Vielleicht finden wir ja quasi bei der Alternativ-Route dann ein bisschen was. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken.